Herzlich Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns 3D. Heute geht es weiter in der Robo-Fabrik und dieses Level habe ich ebenfalls als grandios in Erinnerung. Und das ist nicht mal ein Scherz. Ah, mit diesem guten Soundtrack auch wieder. Freut mich. Okay, das sah ein bisschen komischer aus, aber nee, hier ist nichts. Denn es heißt ja Robo-Fabrik und ich spoiler jetzt schon mal, ich meine, wir werden es eh immer wieder sehen. Wir bauen hier einen ganzen Roboter zusammen im Laufe des Levels und das ist echt cool gemacht. Ja, sehe ich so aus, als würde ich die ganze Zeit warten wollen, du dummes Sch... Also wirklich, wer platziert da was? Das ist so nervig. Was, und hier bekomme ich einfach ein Puzzleteil geschenkt? Ach, bekommt man immer pro Abteil eins jetzt geschenkt? Das war jetzt dämlich von mir. Da kann das Spiel jetzt nichts dafür. Ach, und wir sehen jetzt hier nochmal Elemente aus den... ...vorherigen Leveln. So, okay, zwei Tode später oder so bin ich auch wieder hier. Aber schön, dass es jetzt wenigstens wieder einen Diddy gibt. Befürworte ich natürlich. Okay. Gefällt mir. Aber hey, die Musik geht auch wieder übel ab. Hier unten ist was, das sehe ich. Ach, ich habe volle Münzen. Okay, cool. Ich muss halt die ganze Zeit auch auf die Umgebung achten, ob hier nicht irgendwo was versteckt ist. Da oben. Das sieht sehr verdächtig aus. Ja, da ist auch was. Okay. Ich hasse Bonusräume. Also der Weg, den man jetzt schon zurückgeben muss, ist echt weit. Also den man hierher geht. Ich hoffe, dass gleich ein Checkpoint kommt. Weil der Weg ist halt schon echt extremst weit, den man gehen muss. Also es geht noch, aber jetzt wäre wirklich gleich der perfekte Zeitpunkt, mal ein Checkpoint zu setzen, weil es nervt. Wenn man hier stirbt. Aber ich schätze das Spiel so ein. Also zumindest die Entwickler, dass sie es tun. Was ist hier? Hey, das sieht mir... Okay. Okay, hier bekommen wir auf jeden Fall das zweite Teil des Roboters, die Arme. Und es gibt neun Puzzleteile. Ich habe das starke Gefühl, ich habe was verpasst. Alter. Hä? Ja. Woher soll ich wissen, wann das runterkommt? Achso, das kommt mehrmals schnell und dann... Achso, okay. Obwohl, fünf ist eigentlich gar nicht so schlecht. Achso, ich dachte da ist eins. Durch die Lampe habe ich das gedacht. Geht das hoch? Ach ja, okay, cool. Wenn das Teil da unten das aktiviert, dann geht es so. Das ist cool gemacht. Ich weiß nicht, brauche ich hier alles? Nee. Hätte ich mir sparen können. Oh nein, was ist das denn? Der ist cool gemacht. Muss ich sagen. Aber wenn man einmal den Rhythmus draus hat, dann geht das. Okay, nächstes Teil. Okay, das sieht immer komisch aus, scheinbar. Verdächtig. Die Lampe sollte ich nicht unterschätzen. Da könnte wirklich irgendwann mal was drin sein. Ja, ich habe mich extra geduckt. Und der Kopf. Das ist ein Donkey Kong Roboter gefühlt. Sieht echt schön aus, muss ich sagen. Ich mag sowas. Wenn man sowas über das ganze Level über quasi aufbaut. Ja, aber was jetzt? Da hätte ich auf die Platte gemusst. Ist ja übel das Game. Das wusste ich doch nicht. Oder hätte ich nicht drauf gemusst. Ich habe keine Ahnung. Okay, aber langsam muss ich sagen. Ist es doch ein bisschen einpfalzlos. Die ganze Zeit diese... Hä? Warte, hier war doch ein Diddy-Fass, oder nicht? Wo ist es hin? Das ist Scam. Wo ist mein Diddy? Wo ist mein Diddy? Da war doch eins. Ich bin doch nicht be... Kloppt. Okay, nee. Die Platte hatte damit nichts zu tun. Egal. Ja, da steht auch eins. Aber, nee. Das ist Scam. Der Tod davor zählt nicht. Sorry, aber... Warte mal. Domtendo hatte doch auch mal... Ach so. Habe ich ihn deshalb ver... Nee, das kann gar nicht sein. So schnell verliert man den auch nicht. Habe ich den gar nicht erst bekommen? Domtendo hatte ja mal so einen Bug in der letzten Welt. In seinem allerersten Returns-LP. Da hat der Diddy auch nicht bekommen. Aber ich glaube nicht... ...dass das dann das Gleiche ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier ein anderes Problem vorliegt. Vielleicht war ich auch wirklich selber schuld. Weiß ich nicht. Aber es kam mir jetzt, um ehrlich zu sein, echt nicht so vor, als hätte ich was falsch gemacht. Die Musik ballert. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Einfach weil offensichtlich... Schöne Kamerafahrten. Aber habe ich jetzt was verpasst? Da ist das Affe. Also der Donkey Kong-Roboter. Ah ne, habe ich nicht. Sehr schön. Aber ich muss trotzdem sagen, ich mag den Level. Das ist cool. Hey, was... Alter, ich wäre fast reingelaufen. Hey, soll das an eine Donkey Kong-Arcade-Stage erinnern? Ein bisschen tut es mich nämlich, das. Tut mich das nämlich. Oder zerstört er jetzt alles? Ach cool. Ich mag das. Also... Ach man, und er sieht auch so nett aus. Ich weiß nicht. Schönes Level wirklich, hat mir gefallen. Eins steht uns noch bevor. Ein einziges. Aber ich danke euch natürlich erstmal recht herzlich wieder für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Donkey Kong Country Returns 3D Extra Welt. Wenn ihr den nächsten und letzten Part dann nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.